Hey Leute und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Bad Wars Challenge Time mit Tobi, Flori und mir. Und ja, ihr seht schon, die Runde ist jetzt schon 40 Sekunden am Laufen, weil ich noch die Challenge eben raussuchen musste. Das ist die Challenge, ihr dürft keine Wege bauen, also die Camper Challenge, ihr dürft keine Wege bauen. Wir dürfen uns nicht zum Eisen bauen, nicht zur Mitte. Wir müssen warten, bis andere zu uns Wege bauen, dann dürfen wir die Wege benutzen. Aber wir dürfen zum Beispiel Blöcke, wir dürfen das Bett zum Beispiel zubauen, wir dürfen Blöcke auf Blöcke setzen, kann man so sagen, aber nicht nebendran. Alter, geht das auf dieser krassen Map direkt ab, ey. Also. Ja, und zuerst, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Fabian Thomas. Genau. Und hallo, und hallo Herr, ähm, Herr, äh, Tobi. Nein, nein, Satz. Lata sollten wir noch grüßen. Genau. Lovenis, Lovenis LP, genau. Okay, und hallo Lovenis LP. Viele Grüße an euch, richtig. Ähm, ja, die, achso, die, die Challenge ist übrigens von Severanoff, Severanoff oder so, Moment, Severanoff, Severanoff, ja, ja, wurde, wurde schon lange ausgeblendet, äh, eingeblendet. Und, äh, ja, falls ich den Namen falsch gelesen habe, tut's mir leid. Oh, ich hab doppelt Schuhe gebraucht als irgendeiner braucht. Hört sich, ja, ich brauch. Hört sich irgendwie russisch an, der Name. Mann, wir haben, wir haben nichts zu tun, ey. Hörne. Guck mal, Flo, wo ich hingehe. Flo, guck mal. Wo seid ihr? Flo, guck mal. Ich, ich hab Magie angewendet. Oh, kann ich auch. Ich bin, ja, dann mach mal. Moment. Hier sind solche Drohnen überall. Ach, Flo, du bist ein Gott, ey. Nein. Äh, nein, bist du nicht. Ey, wer hat mir die Schuhe gelegt? Da, dass meine Fatorrein zu uns kommen kann. Das Blöde ist, die können sich natürlich das ganze Eisen und so farmen. Ach, na. Ja, ja, wir müssen halt einfach cool sein. Ja, die sind gleich voll equipped. Wir müssen halt einfach cool sein. Ja, ich würde sagen, wir bauen das Bett jetzt der Reihe nach richtig übel zu. Ach so, stimmt, genau. Aber jetzt hab ich mir auch nochmal Schuhe geholt. Ja, ich kauf mir schön Enderschuhe. Ach, Enderblöcke schonmal. Okay, guck mal was. Nein, stopp. Erst, ach, wir können ja gar keine Kisten. Ich werde also nicht einsammeln. Scheiße, wir können ja auch gar keine Kisten. Das ist ja so behindert. Oh, Essen, das wollte ich mir sowieso holen. Ja, also lass bitte die Sachen da. Ja, ja, hab ich. Bis auf das Essen. Ich möchte jetzt mal was profitieren. Ich möchte zum Eisen kommen. Ja, hat, hat, hat quasi funktioniert. Aber wie willst du, wie er zurückkommt, Tobi? Ja, das stimmt, das hab ich nicht gedacht. Ja doch, dann würde ich ja eine Ender-Chess beim nächsten Versuch. Alter, nein, stimmt. Oh Mann, Alter, voll die guten Ideen, aber Scheiße. Und guck mal, das Problem ist auch, wenn die sich zu uns bauen, dann sammeln die das ganze Eisen auf und da liegen jetzt bestimmt nachher 30 Stück oder so. Vor allem, dass du WSI können sich jetzt mit Gold und allem voll equippen. Alter, okay. Das wird schwer. Ja, ja, Severanoff, Severanoff. Ja, aber ich mein, solche Challenge wollten wir ja. Ja. Also schon mal Dankeschön. Ähm, so, wir machen. Wir können leider auch keine Kisten kaufen, das ist richtig behindert. Ja, ihr kauft dir Endsteintorben. Äh, ich kaufe mir erst mal einen Stock. Ach, ich hab noch äh, hier einen Stack. Okay. Äh, ja, guck mal, baut sich schon irgendeiner so weiter zu uns. Nein. Noch gar keiner. Die, die kloppen sich alle gegenseitig und wir stehen hier bis zum Ende. Ja, Alter, ich hab dir so gute Chequip, ey. Und dann läuft die Allo. Ach, das wäre lustig. Aber das wäre nicht, das wäre nicht unsere Art, eine Challenge zu gewinnen. Ne, ne, ne. Wir nehmen übrigens auch alle Versuche immer auf, das heißt, die anderen Challenges haben wir immer beim ersten Versuch geschafft bis jetzt. Richtig. Und, äh, die anderen Versuche werden sonst davor geschnitten. Ja, aber nur die End... Also, wenn, 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 wenn die jetzt zum Beispiel halbe Stunde lang ist, dann gelten wir die Challenge als, äh, äh, geschafft. Was? Also nicht als geschafft, aber als erledigt, kann man so sagen. Wieso? Ach, ich darf nicht warum. Hä? Wir machen nicht mehr als einen... Nein, meinst du, wenn wir jetzt eine halbe Stunde hier drin bleiben? Oh. Wenn wir jetzt eine halbe Stunde hier dran an dieser Runde sind und dann verlieren, dann will die Challenge für uns als nicht machbar. Ja, aber guck mal, wenn der Grüne jetzt noch irgendwie blau ist und da baut, haben wir schon mal einen geilen Vorteil. So. Weil, ey, wir sind das Team mit den meisten Spielern. Hä? Oh. Ja, das stimmt. Ja, dann dürfen die nicht leften, sonst zählt das ja nicht. Leute, das wäre voll lustig, wenn die jetzt einfach gleich zu uns kommen, wir einen runter boxen und dann das Bett von denen machen. Ja, ne. Würde ich uns sogar zutrauen. Na, ich uns auch, das ist ja lustiger. So, du baust unser Bett schon zu, ne? Ne, mach ich auch. Ja, ja. Ja, ja, ich hab mal kurz geguckt. Ich wollte es dir dazu machen. Alter, wie wäre alles richtig übel zu bauen. Kommt da einer? Ja, der springt wieder mit. Ja, wir haben nichts zu tun, sorry. Wir sind, wir sind Opfer. Äh, scheiße, der Grüne kommt aus seiner Base leider auch nicht raus, sodass der deren Black nicht abbauen kann. Ja, wäre ja noch schöner. Ja, ja, eben. So, dann haben wir das, dann haben wir das. Ich sag mal Hallo. Oh, grün wurde vernichtet. Jetzt, jetzt müssen sie eben dann zu uns kommen. Oh, da schießt er schon mit seinem Gogen. Aua. Weil er denkt, er wäre der coolste. Äh, Tobi oder Torben, einer guckt. Ich versuche weiter auf das Bett. Oh, tschüss. Ich habe mich verabschiedet. Aber ihr habt alle Ausrüstung jetzt von Blöcken her und Knöppel und Spitzhacke. Ne, ne, Spitzhacke habe ich nicht. Spitzhacke habe ich noch nicht. Und Blöcke auch nicht. Wir haben nur zwei Blöcke, die man abbauen muss. Ja, mache ich mal eben. Aber schön mit Endstein, ne? Ja, sicher. Ja, ja. Die sollen ja auch Spaß haben. Okay, ich bewache ihr Hohle. Ähm, Flo, guck mal auch rechts, ne, damit die sich nicht von rechts spawnen. Oh. Ja, die werden sich jetzt eh voll decken. Ey, Tobi, wie bist du, ach du bist, hä, wie bist du denn zum Dings gekommen, zum Eisenspaum? Ist er doch nicht. Was? Nein. Oh. Nein. Warum baue ich eigentlich zuerst da oben zu? Richtig behindert von mir. Man könnte sich theoretisch fend. Nein, nein, sonst kommst du hinterher nicht. Ich versuche mal zum Eisenspaum zu kommen. Nein, da kommst du nicht mehr zurück. Boah, Flo, Alter, du bist genial. Wieso? Aber du wirst, äh, gib mir erst die wertvollen Sachen. Also Endstein und so. LOL, das ist richtig klug. Hast du noch Bronze? Nein. Alter. Wir sind auf dem Baum. Wir haben eine Chance. Leute. Ey, ohne Witz, das hätte ich von dir nicht erwartet, Flo. Respekt an, äh, an deine Seite. Ich brauche nur einen Endstein. An deine Seite. Und, aber, du hast, ich hoffe, du hast genug Blöcke dabei, um dich... Ich, soll ich mal schauen, ob man dann falsche anstirbt, wenn man runterkriegt? Ja, ja, du musst. Und ich hoffe, dass... Ja, sonst, ich hol mir einen Spinnenweben eben. Ja, schafft man. Ich hoffe, du hast genug Blöcke dabei, um dich von da wieder hochzubauen, ne? Nö, daran hab ich... Egal, wir können dir die runterschmeißen, macht nichts. Fuck. Ich sterbe. Loll. Hab ich nicht gesehen. Achso, der hat mir einen Bogen geschossen, ey. Ich dachte gerade... Ey, wir müssen da mit Leitern dann... Ich hab 27 Leitern, Torben. Nice one. Einer muss mal schauen. Ja, Spinnenweben ist klug, weil ich muss das jetzt Ja, das... Das war richtig klug, Flo. Nice. Bist du über den Baum gegangen, oder wie? Ja, ich bin über den Baum gegangen und dann... Ja, wollen wir erst zum Eisentorben? Ja, sicher. Also, ich geh kurz beim Eisen auschecken. Ja, ich hab keine Blöcke dafür, leider. Ich auch nicht. Doch, hab ich. Aber ich weiß nicht, wie ich da hin soll. Also, ich würde ja in die Mitte kommen. Ja, du könntest, du könntest in die Mitte und von da aus vielleicht zum Eis... Obwohl... Ne, ich würde in die Mitte gehen und das zerstören von denen, aber die... Ja, das hatte ich auch erst probiert, aber der hat mich... Hä? Du kannst dich doch hier von rechts an den Baum langbauen, Tobi. Hä? Ja, hier, rechts, den Baum entlang. Hä? Ich bin auf dem Baum. Ja, und dann rechts am... Hier, von rechts... Da hin. Ach, stimmt ja. Stimmt ja. Hast recht. Och. Man. Das wäre zu einfach. Vorsicht. Pass auf. Ich plant den Spinnenweben. Okay, macht das. Ich habe gerade ein HP-Update bekommen. Das hat so... Kling gemacht. Das war lustig für euch bestimmt, ne? Ja, ich hab's geschafft. Ja, ich komm auch. Ja, ich komm auch. Wir sind in der Mitte. Torben, that's nice. Genau. Ich komm auch. Oh nein, scheiße. Ich komm nicht weg. Tobi, renn durch. Hä? Ach so. Ja, die sitzen da in der... Ach so. Geh kurz zu gelb. Torben, bewach die Mitte. Scheiße, Tobi. Bewach einfach die Mitte. Mehr brauchst du nicht tun. Torben, ich komm jetzt auch. Ja, aber ich hab doch scheiße Angst vor denen. Aua, die boxen mich. Also, schießen mich. Mit Bogen. Ich hab, ich hab viel Gold. Flo, halt die Mitte bitte. Du kannst, man kann sich da wieder hochbauen. Ja, mach ich. Ja, ich... Hä, was? Ja, ja, ich hol, ich hol Leitern und alles. Ja, das ist so, wie es dann mit... Wenn wir Leitern... Wir dürfen daran nicht Leitern machen, sonst können die... Nee! Ist doch egal. Hier kommen wir nicht mehr hoch. Äh, warte, ich hab... Doch, klar. Du musst einfach hochbauen und runterspringen. Ach ja, stimmt. Höher kann ich aber nicht mehr. Ich muss mal wieder... Hast du nur Blöcke, Flo? Die kommen, die kommen. Jungs, Flo, die kommen. Ja, keine Chance. Probier den wegzukommen. Ich, ich, ja, ich helf dir mit. Nee, ist zu spät, ist zu spät, ist zu spät. Wir holen uns erst einen Bogen. Okay, okay, ich hab... Äh, Tobi, gib mir mal Blöcke, bitte. Ja, komm her. Komm her. Ja, gib her. Pass auf, der kommt, der kommt, der kommt. Die kommen beide. Ich baue mich hoch. Ich baue mich hoch und schmeiß Blöcke runter, oder? Oh, baue, baue, baue. Ich bin so gut wie weg. Ich versuche die abzulenken. Ich versuche euch Blöcke runterzuschmeißen, wenn ihr gebraucht. Scheiße, scheiße. Jawohl, richtig gut. Du schaffst es, du schaffst es. Ich hoffe, du stirbst jetzt nicht. Stopp, stopp, stopp. Nee, nee, ich baue erstmal sicher. Moment. Ich baue erstmal sicher. Ich baue uns hier erstmal Leitern dran. Nice. Äh, jetzt benutzt die Leitern bloß noch. Ja, ich hab die Leitern dran. Oh, man kriegt ja Fallschaden jetzt, wenn man an Leitern springt. Ey, das war knapp. Boah, Alter, Flo, du hattest den genialen Einfall. Echt, das war echt. Ja, ich hab mich, äh, ich hab mich gefragt, wie hast, wie wolltest du denn nennen zum Eisen? Äh, nein, der Flo, der, der, der Flo, der, der Tobi hat gehofft, dass man da irgendwie jumpen kann, irgendwo hin. Ach so, ich hab jetzt gedacht, der hätte sich da irgendwie hochgebrochen. Flo, wir brauchen ne Kiss. Ach, wir haben kein Eisen. Äh, doch, Tobi hat Eisen, der ist doch beim anderen Team gewesen. Ja, jetzt nicht mehr. Au. Scheiße. Nein. Ich, sehr schön, Tobi. Oh, der hab ich fast gekillt, Alter. Holy shit, du rockst. Ja, du hast einen getötet. Ja, schon den zweiten. Okay, kann ich wieder nicht bauen. Boah, das ist echt, das ist echt tricky. Okay, ich hab wieder richtig, ich hab 37, äh, Eisen. Tobi, komm, ich, soll ich dir Blöcke geben? Nein, nein, wir kommen ja wieder zurück, ich hol mir jetzt eben einen Bogen. Ach so. Okay, ich bin in der Mitte. Ja, kannst du ja beim anderen Team machen. Stimmt, wir haben jetzt... Scheiße, Tobi, die kommt. ...zu den Ressourcen vom anderen Team. Ne, was, die kommen? In die Mitte, ja. Ich bin da, aber ich hab Fallschaden. Ne. Ah, Alter, ich hab auch Fallschaden. Ey, Torben, Achtung, du hast keine Rüstung, ne? Ich weiß. Nur die Wäderrüstung. Alter, jetzt guckt euch das mal an, was ich hier machen muss. Warte. Ich hol mir grad Gold ab. So, hier, komm her, kommt her, kommt her, hier. Äh, äh, äh. Pass, pass auf, pass auf. Hier, gib mir, gib mir, gib mir, Alter. Was ist denn das? Gib mir, ich bring den Trick. Oh, oh, oh Gott. Hol uns mal ein Chestplate, Flo. Und eine Sterne Kiste auf. Warte, Flo. Ach so, ne, ist in Ordnung. Ich hoffe, ich schaffe es. Oh, hier ist wieder ein neues Gold, ich hol das. Ich hoffe, ich werd nicht erwischt. Nein, du wirst nicht erwischt. Alter, Leute, diese Challenge. Ich hol mir dann auch schnell einen Drogen und alles. Scheiße, ich kann mir einen Bogen und ein Eisenschwert holen. Ja, ne, mach. Äh, Tom, warum hast du dir keine Chestplate geholt? Wie denn? Die muss ich ihm jetzt holen. Oh. So, ich hab den mega gut erwischt. Sehr schön. Pass auf, Tobi, was? Geh doch. Hey, mach doch. Ja, geh doch weg, Junge. Ich, ich kann doch nichts machen. Ich hab kein... Ach, du bist so behindert, ey. Nice. Leute, wir sind geil. Ist das dein Ernst, kleiner Hurensohn? Warum killst? Ich weiß nicht. Und durch wen haben wir diese schöne Schelle geschafft? Oh, der bohrt sich zu uns, der bohrt sich zu uns, der bohrt sich zu uns. Von wo? Wo? Wie? Geh mal ansagen. Äh, oben, oben. Wie? Oben vom Baum, oder? Ja, ja, oben vom Baum. Okay. Ich geh da hoch. Äh, von welchem Baum denn? Bei mir. Also, der muss hier eigentlich sein. Oh, jo, der ist hier. Ja, wo? Geh mal ansagen, wenn ihr sagt, der ist hier. Bei uns. Lol. Lol. Yes. Nice. GG. GG. Okay, Leute, wieder, wieder eine Chance gegrockt, zeig ich mal. Ähm, 20 Minuten waren ungefähr. Ihr lasst eine positive Wettung, da hab ich mal gehört. Ähm, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, wir haben alle gegrüßt, die wir grüßen sollten. Und dann sage ich... Happy Birthdays. Tschüss. Tschüss. Tschüss.